1, 2, 3, 4, 5 Zahlenblocks. 6, 7, 8, 9, 10 Zahlenblocks. 1 und noch eine sind 2 und noch eine ist ich, die 3. 5, 4, 3, 2, 1, Zeit für etwas Zahlenspaß. Du kannst auf uns zählen, wir sind die Zahlenblocks. Zahlenblocks. 10 und 2. Schau mal hier. Hey, was bin ich? Ein Rechteck mit einem Loch. Na dann los. Ein ganz neues Rechteck. Ich bin neu. Ich bin die Zwölf. Ich bin... 10 und 2. 12. Ja. Ich bin die Zwölf. Und ich bin ein Superrechteck. Die Felsen stehen da in Säulen und Reihen. Meine Blöcke stehen da in Säulen und Reihen. Und das heißt eine Aufstellung. Aufstellung. Hey. Ich bin ein Rechteck zwölf. Bin die 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stell ich mich im Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 3. Mal 4. Jetzt will ich hier auf meine Anzeige schauen. Aufstellen den ganzen Tag. Das kann ich ganz verschieden tun. Und dann soll jetzt die Aufstellung ruhen. 4 durch 3 stelle ich hier jetzt auf. 3 mal 4. Du hast es drauf. Und hörst du gleich nicht hier auf mich. Korrigiere ich es jetzt für dich. Teilen jetzt. 3 4er. Eine 4. Und eine 4. Und eine 4. Rechteck heb ab. Drehen. Bin der Rechteck zwölf. Bin die 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stell ich mich in Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 4. Mal 3. 4 mal 3 stelle ich hier jetzt auf. 3 mal 4. Du hast es drauf. Und dieses Rechteck zeigt dir jetzt, wie es gemacht ist, dass es echt nicht schlecht. Teilen jetzt. 4 3er. Schau mich an. Schau mich an. Schau mich an. Schau mich an. Wechsel. Ich bin der Rechteck zwölf. Bin die 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stell ich mich in Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 2 mal 6. 2 mal 6 stelle ich hier jetzt auf. 2 mal 6. Du hast es echt drauf. Und dieses Rechteck zeigt dir jetzt, wie es gemacht ist. Ist echt nicht schlecht. Teilen jetzt. 2 6er. 2 6er. Würfeln wir. Doppel 6. Drehen. Bin der Rechteck zwölf. Bin die 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stell ich mich in Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 6 mal 2. 6 mal 2 stelle ich hier jetzt auf. 2 mal 6. Du hast es echt drauf. Und dieses Rechteck zeigt dir jetzt, wie es gemacht ist. Auch nicht schlecht. Teilen jetzt. 6 2er. Und 1 2, 1 2, 1 2. 1 2, 1 2, 1 2. Teilen jetzt. 1 mal 12. Wechsel 2 mal 6. Wechsel 3 mal 4. Drehen 4 mal 3. Wechsel 6 mal 2. Wechsel 12 mal 1. Teilen jetzt. 12 1er. 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 7 11 12. Das ist der Wahre. Ich muss mal so zu sagen. Du wirst benommen sein und es kaum ertragen, was hier alles möglich ist. 1 1 2 3 3. 2 1 3 3. Untertitelung des ZDF, 2020